Da hättest du gerade den Hund oder spielst du an dir selber rum? Nee, an deiner Mutter. Du Hund. Bro, das sei nicht so gesu- The fuck, Alter. Bro, da ist es mit dem Vladimir passiert, Alter. Oh, shit, ey. Der ist einfach, keine Ahnung, ey. Der ist einfach aufgeplatzt, ey. Habt ihr das gesehen? Der hat einfach so eine statische Pose eingenommen und aufs Ding ist einfach Tonnen Blut rausgespritzt, ey. Was war das? Der Hulk wins. Wow. Zugriff! Der hat halt einfach so rutscht, ey, dann. Warum flasht der? Warum flasht der? Was sind das für Leute hier? Alter, sind das Bots? Ich spiel ja genauso scheiße wie die, Alter. Oh, Mann, ey. Ah, ich liebe Nexus Splits, ey. Das ist einfach so ein Troll-Mode, ey. Geil. I love it. Hast du Lantern? In vier. Drei. Zwei. Zwei. Go, meine Freunde, go. 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 Aua. What? Boom. Boom. Er ist einfach explodiert, ey. Exodia. Meinst du, der ist so dumm? Er ist wirklich so dumm. So, vielen Dank für deinen Sub. Kuss. Oh, oh, mon sie. Oh, oh, mon sie. Das ist französisch. Ombre. Französisch? Ich weiß nicht. Gepriegelt in meine Bauchnabbel. Halt mal kurz. Oho. Was war das denn, Alter? Der Fisch hat sich einfach gebeamt. What? Das, also, das, legit, das raff ich nicht. What the fuck? Wie kann denn sowas draufs... Z kommt auf. Kau mal, Alter. Hey, wo redet die Krabbe hin? Hä? What? Die Krabbe einfach aus der Wand geportet. Alter, das Game ist so am Ende, Mann. Ich schwör's dir. Das hat, also, das ist ja sowas von verbuggt alles. Jungen, die Krabbe kam einfach aus dem scheiß Busch geportet. What? Oh mein Gott, der hat den getroffen. Alter, das Item ist nicht balanced, Karma. Kannst du mir nicht erzählen. What the fuck is Riot, Alter? Habt ihr das gesehen, Chat? Der hat drei HP gehabt, der drückt Gore-Drinker, 80% HP. Also, das Item ist legit nicht balanced. Never. Was hier denn einfach? Kein Ding. Patrick? Hä? Hallo? Hurensohn, ey. Du bist einfach der größte Hurensohn. Du musst aufgehört zu reden. Ja, weil der meinen fucking Dings, weil der meinen fucking Blue Buff mit seiner dreckigen Scheiß-Ult weggesniped hat, Alter. Der Huren, ey. Lass mich mal weggehen, ich hab RUNANZ. RUNANZ. Boah, ist das ätzend, Alter. Wir haben den, wir haben den Link, okay. Oh. Oha! Mechelé! Jum'e, der Fiddleder, fucking Legende, Alter. Junge, der kommt da herab wie Fallschirme. Junge, fucking nice, Alter. Putz, Junge, zur Seite mit dem S-Rail. Junge, das ist aber diese andere Atombombe, ey. Holy shit, ey. Der ist hier. Man kennt mich fast. Der ist 05. Der 1 zum... Hahaha. Der Brand, Alter, zur Seite mit dir. Junge, an der Wingwall vorbei. Kein mit dem hier, Alter. Nee. What? Sehr reichend. Aah. Bitte. Junge, hast du gesehen, was mein E-verdm-damage in dem scheiß Rise gemacht hat? Junge, der ist einfach terminiert worden, ey. Hahaha. Lass mir den Kehl, du Bastard! Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh mein, ey! Ich bin am Mooden! Mooden! Oha! Der ist ja insane! Der ist ja einfach Hellbull Airblade! Oh Gott! 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 Oh Junge, ich hab glaub ich grad die Ohren vor meinen kompletten Zuschauer gekehlt, ey! Was für meine Nachbarn auch immer denken müssen, wenn die das hören, ey! Ah Junge! Muss schön sein! Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme! Ich weiß nicht ob seine Ult ist! Ich komme! Rein! Oh, äh, na gut, war nicht so gut. Was der auch für Mechanics hat der Twitch, ne? Junge, sure Twitch. Alter, hast du gesehen, was der gemacht hat gerade? Junge, hast du das gesehen, Alter? Junge, wer denn nicht top und smurf ist, Alter? Junge, das ist ja geisteskrank. Ich hab dir gesehen, wie schnell der Targets geswitcht hat. Der hat erst hier attackt, dann hier. Dann hat der hier rüber geswitcht und mit dem nächsten Auto attack hier. Junge, what the fuck, Alter? Also entweder ist der Typ Challenger oder der benutzt einfach Scripts, Junge. Holy shit. Ey, das war komplett geisteskrank. Hab ich noch nie gesehen. Erstmal mich flamen. Thank you to Car Driver. Ja, Darius, ey. Boah, der Darius, ey. Du wirst dir vorstellen, wir spielen zwei Games Nexus Blitz. Im ersten Game schreibt einer der Gegner, dass wir alle sterben gehen sollen. Und im zweiten Game hast du einen Darius im Team, der nur flamend, Alter. Junge, was ist das denn? Junge, was ist das für ein Game Mode? Oh, ich bin von heute aber mal raus. Wir sehen uns. Ja, ich bin jetzt auch erst mal weg. Ciao, ciao. Ich bin auch erst mal raus. Oh, ich spiele eine Runde Flappy Bird, Alter. Let's go. Wir gehen für die Records. Game Loading. Wo? Ähm. Wo ist unsere Taschenlampe? Oh mein Gott. Einfach, weil ich das besser rufen. Ähm. Ähm. Oh mein Gott. Hä? Warte mal. Let's have it. Ähm. Der Exit ist da vorne, Perry. Komm. Wenn deine Alte... Ah. Press J. All of your friends need to be with you in this room to start the ritual. Well, well, alter. Schön mit randoms ein 8er Key gemacht, alter. Ehre. Komm, mein nächster ist ein Necrotic Wake. Bitte eine Waffe. Eine Waffe. 200. Ernsthaft? Ja. Nice, Alter. Sehr schön. Nein, ein Hand. Nein. Ein Hand. Nein. 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 Kannst du mir die geben? Nein. Nein. Nein, ich quitte. Ich quitte. Ah, das ist geil, ey. Ah, how mad are you, Kani? Ah, ich krieg natürlich wieder, ich krieg, ich krieg natürlich wieder 35 Anima, man kennt's. Ah, geil. Ich bin in Thailand, Lori. Nein. 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 Alles klar.